ich traue mich so wenigstens wie du kannst du nur was für ein bisschen und ich ja auch nicht für mich also für mich ja und nicht für mich und wir haben gerade nichts und hier ist Warte mal hier ist Warte das viel will ich mal gucken ob ich das irgendwie mehr bedingten kann du hast wenigstens was ich hab nichts hast du nichts für Pets ich hab keinen Petschklag getroppt magst du das? magst du das? NEIN ich mach das stand runter mit du 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 deswegen wollte ich auch du 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 machen hehehehe Kliwunsch Nulldanne ja ja gut ich bin beim Lagerfeuer ich bin beim Lagerfeuer ich bin beim Lagerfeuer Quartelle mhm du hast es gut und im Prinzip ist dort da drüben auch noch eins ja und ein Schloss vor uns ein Schloss ja kein Schloss ach dort ich seh ja kein Schloss überall blau und das Schloss ist aber rot das ist nicht das ist unser Tod ja Chitra Castle ist aber blau zumindest von den Dingens her vom Name her ist es blau eigentlich müssten wir es schaffen oder ein bissel umherzudingsen ein Kresti mhm ein Lagerfeuer ist hier auch aber kein Bett ja nein da müssen wir mal gucken ne ne zwei Tische zwei Tische stehen hier aber kein Bett was ist mit Tische wisch nicht kann was kann hm ich hätte mich noch kurz sehen du steh ich mach dir Feuer in den Arsch ach guck mal oh ah gehst du meinen Arm auf hello hehehe ich brenn dir dein Bord an aufstehen aha Hände oben hehehe probieren wir mal in die Kostel reinzukommen Kostel Rainer ja ja das ist unser Spiel Kostel Rainer ist ein geiles Spiel gamm tut ah Hilfe ja Hilfe ah Hilfe ich werde nicht mehr ich sehe das nicht wie Fischer ja leider nicht ich werde schon ein Lager fahren wenn es helle wär's AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ich denke ich hab einen Berger holt nein nur ein Oger aber, na klar, kann das hier nicht wenn ihr das hat er richtig ja ich weiß wir, wir zwei machen jetzt vier ZIT Nein! Ich bin tot. One hit. Ich habe den Dunkeln ja nie gesehen. Das ist verständlich. Ah! Noch einmal! Ich wollte eigentlich nicht sterben beim Spiel. Eigentlich hatte ich das nicht vor. Mir kommt das vorgesterben. Ey, der hat große Füße und der hat schnell. Hä? Ja klar, setz dich hier auf den Stuhl und ich du inzwischen Zeit hier und so, ne? Und dort! Ah, alter! Das ist schon wieder hier! Au! Also jetzt bin ich woanders gespawnt, wo du gespawnt bist. Okay nicht. Ich bin genau... Ah, die Biene! Na, mal gucken. Mal schauen. Alter Falter, ich habe die Biene gekillt. Hast es geschafft? Klar, ich habe ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. So, gehst du schon wieder dort? Mhm. Du gehst schon wieder mit dem Vierum, oder was? Nein. Ich muss gerade im Zander irgendwo. Nee, ich habe gerade Glück. Aber er zaubert doch irgendjemand. Nee, der wird den Arsch aufbauen. Hä? Hast du jetzt gerade Glück? Na klar, ich zauber mit meinem Zauberstall, mit meinem Schwert, oder was? Ich bin nicht vor dir. Ja, ich weiß. Ich habe Angst. Ey, das vier hat ein Bug, ne? Wie, was? Das vier hat ein Bug. Das rennt gegen die Wand, ne? Ja. Das sagt, du schenkst gemütet und dann mach dich blatt. Alter, das ist so. Das ist so. Das ist so. Wie ist denn hier der Eingang? Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall zwei Herzlblut. Oh, einer habe ich gerade gemopst. Und der habe ich. Nein! Dort ist ein Ocker drinne! Dort ist ein Ocker drinne! Ocker. Der Ocker hat mich ein Lichterz gemacht. Was soll ich denn da oben drehen? Ich weiß es doch nicht, ich hab dich nicht gesehen, im Jungen ist eine Deminges. Ich sollte mich aber nicht heilen. Nein, ich hau gerade vor dem Mäguer ab. Oh! Oh! Was denn der? Es ist hier! Es ist hier! Ich sehe hier auch nicht! Ich merke das, dass ich ordentlich lebe. Ah! Ich sehe gar nicht, ich bin in Landezeit im Wasser. Nicht schwimmen. Ist das ein Scheletter oder was? Ich weiß es nicht. Es läuft jetzt keiner mehr hinterher. Ne, wir sind in Krogerkostel. Sieht, der Kostel ist noch ein Stück weiter. Ach, hier bist du völlig erschlagen. Mach's nie. Kommst du in der Höhre oder was? Ne, ich war gerade auf der Karte. Ja. Hinter uns läuft eine Biene. Hallo, vor dir. Hinter dir. Ah, scheiße. Herzblumen vergessen. Ich auch. Warte, ich nehme sie mit. Ich löfe nur hinterher, wie du läufst. Mach das. Mach's hoch. Nein! 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 Geh weg! Seid ihr nur am springen? Ich bin gerade über dem Ehenberg drüber, ne? Ich bin gerade über dem Ehenberg drüber, ne? Nein, ich bin gerade gerade. Oh, aber dessen nicht. Und! Aua! Wo ist denn das Vieh? Jörg! Hintumpen! Fünf Erfahrungspunkte! Heimatland! Alther Schweder! Erstmal was essen! Wurzeln! Wir müssen! Wurzeln! Sie doch Postel ist hier drüben! Warte, ich mach mal, ich mach mal, ich mach mal! So, hier... Wurzeln! Dunkelne Mungerei! Mh, in dunkelndes Gutmungel! Der war ja generell die Zombies in London! Ja, die Zombies waren ja nie ganz so wild! Da, wieder! Mal gucken, wie es dann ausschaut, wenn wir in Siedler Korstler ankommen! Na, vielleicht schon mal gestorben, wie jetzt. Ah! Was ist denn da? Was ist denn da? Ist das gar nicht so gut, oder? Jawohl! Daun! Alter! Zwei Fritz verballert! Hast du alle Bete plattgekriegt? Na klar! Gut! Na, da war's einer! Okay! Das Wort erinnert, dass du gerade gestorben bist! Okay!